Hallo, willkommen in meinem Sprachlernspiel. Suche ein Bild aus und tippe auf die gesuchten Gegenstände. Durch Drücken des Bären kannst du die Sprache jederzeit wechseln. Trousers Le Chien Der Roboter El Muneco del Guignol Lege die Dinge an die richtige Position zurück. Gestalte deine eigenen Bilder und entdecke den Sternenzauber. Ab sofort in den App-Stores für Smartphone und Tablets erhältlich.